Yvonne Wölke packt aus. Die Blondine verrät, wie es wirklich um ihre Ehe mit Stefan K. steht und was sie wirklich für Peter Klein empfindet. Yvonne Wölke, Ehekrise. Der Beziehungsstatus ist schwierig. Jetzt steht Yvonne Wölke, 42. Rede und Antwort. Seit bald einem Jahr spekulieren viele darüber, ob zwischen ihr und Peter Klein, 56, etwas läuft. Vor allem Iris Klein, 56, machte die Blondine für das Ende ihrer Ehe verantwortlich. Während Peter offen zugab, sich in Yvonne verliebt zu haben, stritt die stets ab, Gefühle für den 56-Jährigen zu haben und hielt an ihrer Beziehung zu Ehemann Stefan K. fest. Noch in der Late-Night-Show zu Promi Big Brother stellte die 42-Jährige klar, weiter um ihre Ehe kämpfen zu wollen. Doch kurz nach Silvester weht nun offenbar ein anderer Wind. Im Interview mit Bild verriet Yvonne Wölke nämlich jetzt, dass es kriselt. Der Beziehungsstatus ist schwierig. Es hat sich einiges verändert in diesem Jahr und auch hier muss man irgendwann ehrlich miteinander umgehen. Es kann und soll nicht auf Dauer so weitergehen und man muss für beide Seiten eine akzeptable Lösung finden. Hier muss man sich fragen, ob es wirklich wieder besser wird oder doch zu viel auf der Strecke geblieben ist. Gefühle für Peter Klein? Habe ihn vermisst. Weihnachten und auch Silvester hätten sie und ihr Mann getrennt voneinander gefeiert. Sie betonte, dass eine gemeinsame Jahreswende aktuell nicht denkbar gewesen wäre. Nein, das ist momentan nicht möglich. Es ist kompliziert. Ihr Mann würde nach wie vor an der Ehe festhalten und kämpfen. Doch Yvonne Wölke würde sich aktuell die Frage stellen, was sie eigentlich wirklich wolle. Er kämpft schon um mich. Es liegt mehr an mir, dass wir uns gerade sehr wenig sehen, da ich wenig Zeit habe. Ich muss ja arbeiten. Ich genieße die Zeit mit meiner Schwester und mit meinen Nichten. Ich brauche gerade Zeit für mich. Auch, um für mich selbst zu testen, vermisse ich ihn, vermisse ich ihn nicht. Es gibt Personen, die glauben, ich hätte gerade eine Midlife-Crisis. Ich sage, ich schaue jetzt mal, wohin mein Leben überhaupt führt. Ganze sieben Jahre seien sie und ihr Mann ein Paar, sechs davon verheiratet. Das letzte Jahr war ja schon sehr verflixt. Wenn unsere Ehe das durchsteht, glaube ich, wird sie für immer bestehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so. Dementsprechend seien Peter klein und sie auch kein Paar. Dennoch gibt sie zu. Erstmal nur reine Freundschaft. Mehr will ich, ehrlich gesagt, gar nicht dazu sagen. Allerdings, das gebe ich ehrlich zu. Promi Big Brother hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe Peter schon vermisst. Ich konnte ihn ja 14 Tage lang nicht anrufen, ihn nicht sehen. Das war irgendwie ein komisches Gefühl, welches mich selbst überrascht hat. Ich kann das für mich noch nicht so ganz einordnen. Deswegen sage ich ja, 2024 wird noch ein ganz komisches Jahr für mich. Außerdem stellt die 42-Jährige klar, dass zwischen ihr und Peter Klein nie etwas gelaufen sei. Dennoch würde der Ex von Iris Klein weiterhin um sie kämpfen. Ja, er ruft mich immer an, sagt liebe, nette Worte, schreibt immer Nachrichten und sorgt sich, dass es mir gut geht. Er ist ein sehr netter Mann. Und, wie gesagt, er ist wirklich romantisch. Dass sie bis heute für das Ehe-Aus zwischen Peter und Iris Klein verantwortlich gemacht wird, sei für Yvonne Wölke besonders schwer. Das Ganze drumherum, dass man mir immer noch die Schuld am Scheitern ihrer Ehe in die Schuhe schieben will. Das fand ich mega schlimm. Letztendlich liegt es ja an den beiden, dass ihre Beziehung kaputt ging. Für Peter ist der Zug sowieso abgefahren. Für Iris glaube ich noch nicht. Ich glaube, wenn Peter sagen würde, er wolle es noch mal mit ihr probieren, würde Iris sicher zu ihm zurückgehen. Das ist mein Gefühl. Das ist mein Gefühl. Untertitelung des ZDF, 2020